So, willkommen zurück zu Folge 3 von Workers and Resources, Sowjetrepublik. Ähm, ja, das ist die kleine Stadt, die ich bisher errichtet habe. Ich habe null Plan und ehrlich gesagt, ich bin komplett überfordert gewesen. Aktuell gebe ich sinnlos das Geld aus. Ich spiele ja auch auf leicht, von daher ist das nicht ganz so tragisch, wenn hier was nicht richtig funktioniert. Äh, keine Sportart, keine Kneipe, Taverne, äh, Taverne. Okay, Kneipe kann man mit Sicherheit bauen. Wohngebäude, ich habe da irgendwo auch Kneipe gesehen. Da ist eine Kneipe. Da ist eine Kneipe. So, dann machen wir auch nochmal eine Straße. Kiesstraße dran. Kiesstraße. Ach komm. Wir machen schon Asphaltstraßen. Er will zum Abflachen. Okay, hat gepasst. Gut, was gibt es noch für Probleme? Keine Kleidung. Okay, da brauchen wir wohl wieder so einen anderen Markt. Ähm, Shopping Center, Essen, Kleidung. Ach, da gibt es alles. Wow, 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 wie groß ist es in das. Äh. Okay, dann. Ja. Verdammt Okay das Shopping Center Ist extrem groß Bauen wir das mal hier hinten hin Hier Rundfunkstation, die sieht auch ganz nice aus Also bei der Optik kann man ja gar nichts sagen Ich mach mal kurz Pause Na gut Kann ich eigentlich Straßen mit Fußweg bauen? Straßen Asphaltstrasse Straßenbau Ziegelfrücke Diffus Bus Straßenladungsstation Jaaa Keine Ahnung Scheiße Gucken wir mal was die Leute versorgen haben Wird mein Geld jetzt weniger? Jaa Es wird massiv weniger Keine Kleidung Oder? Ja es wird langsam weniger Kultur Kultur heißt ich brauch noch ein Kino Oder? Ich weiß es nicht Wirtschaftshandel Wir gucken mal bei Bildung Universität Wohnheime Technische Universität Wie groß ist es? Wow Okay Ähm Dann Kino Kneipe Kleines Geschäft Lebensmittel Kino Kino ist das einzigste was mir irgendwie in Richtung Kultur einfällt grad Kino Holzfeld Erlaubeposten Wie sieht es hier aus? Ernte dauert wohl noch ein bisschen Da da Ok hier siehts flach aus Wir bauen mal hier noch eine zweite Strasse. Was? Warum ging es jetzt nicht? Oh, eine schöne Parallelstraße. Oh, eine schöne Parallelstraße. Schade. Okay, haben wir geschafft. Gut. Da ist auch eine Verbindung. Dann mache ich... Meins klappt hier noch irgendwie eine. Sehr steil. Na komm. Zu steil. Ach Mist. Ja. So. Heißt nicht. Ach so. Moment. 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 Okay. 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 So. So. Jetzt muss das doch da drüben irgendwie dran passen. So. Gut. Wir haben die Straßen miteinander verbunden. Schön bei Nacht. Wir gucken mal kurz. Wachstum. Wo war die schöne Freifläche? Hier. Dann will ich nämlich hier ein paar Felder anlegen. Ähm. Wo war das nochmal? Verschiedene Industrie-Kies. Nahrung. Großes Feld. Gehen wir hier kein großes Feld hin. Geht davon aus. Grün ist gut. Grün. 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 Jede Menge Bäume. Ja. Oh. Also wenn das nicht mal ein perfekter Platz für ein Feld ist. So. Drei riesen Felder. Agrarbauernhof. Den machen wir mal hier mittig rein. Und ein Kornspeicher direkt mal daneben. Die besten auf beide Seiten. So. Nahrungsmittelfabrik. Hier kommt er natürlich auch hier hin. Lebensmittelmarktbrennerei. Dann machen wir noch eine Brennerei hier hin. Also schon für Alkohol gesorgt. Ähm. Kriege ich von hier eine Straße gerade rüber. Bis hierhin schon mal nicht schlecht. Achso. So weit geht meine Parallelstraße gar nicht. Okay. Abrams rein. Oh mein Gott. Und so. Okay, Tunnel. Tunnel würde gehen. Okay. Wenn wir das untertunnelt haben. Komm, komm, komm. Passt. Okay. So, dann. Fahrzeuge. 1, 2, sagen wir mal 4 Mähdrescher, 4 Traktoren und davon ein, davon ein, davon ein. Ähm. Bis 85. Neh, man. Was? Bis 98. Okay. Ähm. So, mit dieser Farm ist alles in Ordnung. Ich weiß nicht, ob ich noch ne Bushaltestelle hinmachen kann. Ähm. Töööööööö. Brum 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 Ich würde jetzt gern so Richtung Anderer Strasse wieder Raus kommen Ok passt Brauche ich da jetzt hier ein neues Wohnviertel? Eventuell oder? Wird mein Geld weniger oder mehr? Eher weniger Gut Gut, gut, gut Scheiße Ja So wenige Verkäufer Dann Ja verdammt Was machen wir da jetzt? Industrie Wir brauchen Industrie Die Kohle Verschiedene Industrie Holzfäller Kann ich Holzfäller Und jetzt noch ein Sägewerk Das Sägewerk Und in die Nähe machen Ok Es kuppelt nicht an die Straße an Doch Doch jetzt hier So So Gibt Was Und So Und Ah, nochmal eine Straße dranhängen. So, da 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 Nutzfahrzeuge. Für Passagiere, für Passagiere. Hm. Oh, nicht zugewiesen. Kies, Steine, Bretter. Ähm. MMM. Ich weiß nicht genau, was hier los ist. Kein Job. 100. Ähm. Hatte ich nicht gerade irgendwo eine medizinische Uni gebaut? Verdammt. Gut, äh, dann sage ich erstmal Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.